Philippe Gondet ist ein ehemaliger französischer Fußballspieler, die Vereinskarriere. Philippe Gondet spielte als Jugendlicher zunächst bei der A.A.J. Blois in seiner Geburtsstadt. Als er ein Studium in Paris begann, schloss er sich dem traditionsreichen, aber längst im Amateurlager verschwundenen Stade Francais an. 1963 nahm der erstmalige Division 1 Aufsteiger FC Nantes den Mittelstürmer unter Vertrag, der sich unter Trainer Jose Aribas und an der Seite von Spielern wie Jean-Claude Soudeau, Jacques-Simon und Ramon Muller schnell zu einem von den gegnerischen Abwehrspielern gefürchteten Torjäger entwickelte. In der Saison 1964-65 bestritt Gondet fast kein Spiel der Hinrunde, weil er sich bei der Militärweltmeisterschaft eine langwierige Infektion zugezogen hatte, aber in der Rückrunde trug er noch entscheidend dazu bei, dass Nantes ganz überraschend den französischen Meistertitel gewann. Auch die nächste Spielzeit begann für ihn so gut, dass er nicht nur erstmals in die Nationalelf berufen, sondern gleich auch noch zum Fußballer des Jahres 1965 gewählt wurde. Am Ende dieser Saison 1965 66 hatte der FC Nantes seinen Meistertitel verteidigt und Philippe Gondet hatte 36 der 84 Ligatreffer seiner Canaris selbst erzielt. Das brachte ihm zusätzlich die Torjägerkrone und am Jahresende 1966 erneut den Titel des besten Fußballers Frankreichs ein. Einziger Wermutstropfen in einem rundum erfolgreichen Jahr. Der Double blieb Nantes versagt, weil der FC im Endspiel um den französischen Pokal überraschend gegen Racing-Strasbourg unterlag. Auch Gondet blieb im Prinzenparkstadion ohne Torerfolg. In den folgenden Jahren erreichte der Mittelstürmer nie mehr eine solche Fülle von Erfolgen. Dazu trugen auch zahlreiche gegnerische Attacken bei, die im UA mehrere Kreuzbandrisse bescherten. 1967 wurde er mit Nantes noch einmal Wiesemeister und 1970 stand er auch erneut im Pokalfinale, aber diesmal hieß der Favorit nicht FC Nantes, sondern Ascentizien und der bestätigte diese Rolle mit einem 5 zu 0 eindrucksvoll. 1971-72 still wechselte Gondet zum Liga-Konkurrenten Red Star Paris, bei dem er auf seinen langjährigen Sturmpartner, Jackie Simon traf. Für Red Star stand er aber nur noch in der Hälfte der Begegnungen auf dem Platz. Am Ende dieser Saison musste der noch nicht ganz 30-jährige Torjäger wegen seiner Knieprobleme den Leistungssport endgültig aufgeben. Vereinsstationen Association Amicale de la Jeunesse-Blois Stade Francais Paris FC Nantes Red Star Paris Der Nationalspieler Philippe Gondet hat zwischen Oktober 1965 und Oktober 1970 14 Länderspiele für die Equipe Tricolora bestritten und darin sieben Tore erzielt. Gleich in seiner ersten Begegnung, einem WM-Qualifikationsspiel, in dem ihn Nationaltrainer Henry Guerin erst kurz vor Spielbeginn anstelle des etatmäßigen Routiniers Yvonne Duis aufstellte, schoss er den einzigen Treffer des Spiels, der gleichzeitig die Fahrkarte nach England sicherte und den ersten Sieg in einem offiziellen Länderspiel gegen Angstgegner Jugoslawien bedeutete. Bei der Weltmeisterschaft 1966 in England gehörte Gondet, der sich in diesem Jahr in seinem Leistungsszenit befand, zum französischen Aufgebot und bestritt alle drei Begegnungen in einem für die Blöds allerdings enttäuschend verlaufenden Turnier, da sie schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten mussten. Leben nach der aktiven Zeit Philippe Gondet arbeitete anschließend über zwei Jahrzehnte als Repräsentant eines großen Papierherstellers und genießt heutzutage seinen vorgezogenen Ruhestand, den er in unmittelbarer Umgebung von Nantes verbringt. Palmares, französischer Meister 1965-1966 Französischer Pokalsieger Fehlanzeige Europapokal der Landesmeister Sechs Spiele, vier Tore, 14er Länderspiele, sieben Tore, WM-Teilnehmer 1966 Französischer Fußballer des Jahres, 1965-1966 Torschützenkönig der Division 1 zu 1966 66, 212 Einsätze und 100 Tore in der Division 1 davon 194, 98 Stil für Nantes, 18 halbe für Red Star 19 C kamzenию Reah 19 Ton 8 Ton ά 9 Ton